Die Anfahrt nach Sedona ist für mich immer wieder ein Erlebnis, obwohl ich es fast jedes Jahr mache. Aber ich fahre Sedona immer wieder von verschiedenen Seiten an. Heute fahren wir die Südwest-Tangente und das war ein sehr schöner Pass von oben nach unten, kann man sagen. Von einer Höhe von 6000 Fuß runter dann auf 1200 Fuß. Für Material und Fahrzeug und auch für meine Füße mit dem Bremsen war es natürlich schon ein bisschen eine Strapate. Denn das Wohnmobil schiebt ganz schön und man muss natürlich auch zurückschalten. Wir werden in Sedona ankommen und werden dann zwei Tage eine kleine Klettertour machen. Aber nicht wie Messmer, 8000er oder 10.000er, sondern nur ein 600er Buckel. Aber es wird Spaß machen. Hier wollen wir hochklettern. Ich hoffe es klappt. Wir haben Angelhaken dabei, Bergeisen. Die halten im Sandfelsen und das ist mal sehr wichtig. Und wir werden ungefähr zwei Tage brauchen, bis wir oben sind durch den Nationalpark hier von Sedona. Und es wird unheimlich Spaß machen. Vor allen Dingen, wenn immer wieder einer runterfällt. Natürlich bin ich nicht nur zum Klettern und für die Freizeit hier, wie ihr seht, zum Schlangen angucken oder zum Süßigkeiten naschen bei Judy, der ich letztes Jahr einen tollen Film gemacht habe, sondern auch für weitere Filme, die ich hier in Sedona machen darf. Ich bin sehr gerne hier und filme deshalb auch gerne hier und habe demnächst auch hier eine Weinerei und eine Essigfabrik mit verschiedenen Mustern zu produzieren. Es macht unheimlich Spaß hier in Arizona Filme zu produzieren, zumal die Kulisse immer stimmt und das Umfeld stimmt. Ich habe sehr viel Spaß hier trotz meiner Arbeit und wie ihr seht, wird hier sogar ein süßes Stückchen für mich extra runtergeschnitten hier bei Judy. Ich werde vielleicht zunehmen hier in Sedona, aber ich marschiere natürlich auch sehr viel in der Bergwelt rum hier und erlebe wirklich viel hier in Sedona. Vielen Dank.